Peter Klein Peter Klein, 57, weil sie erfahren haben wollte, dass der sie während seiner Zeit in Australien mit Yvonne Wölke, 44, betrogen hatte. Bis heute liefert sich das Ex-Paar, das kurz vor der Scheidung stehen soll, eine mediale Schlammschlacht, in die sich auch ihres Kinder zeitweise einmischten. Während sich Daniela Katzenberger, 38, in ihrer TV-Show traurig über die Entwicklungen in ihrer Familie zeigte, rechente ihre Halbschwester Jenny Frankhauser, 32, nicht nur einmal öffentlich mit ihrem Ex-Stiefvater ab. Jetzt, Monate später, offenbarte Peter Klein, wie enttäuscht er deshalb von der 32-Jährigen ist. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Im YouTube-Interview mit Chao Chris stand der Mallorca-Sänger kürzlich Rede und Antwort zu allen Fragen rund um seine Trennung von Iris und das heutige Verhältnis zu seinen Stiefdüchtern. Und dabei fand er vor allem für Jenny Frankhauser deutliche Worte. Ich bin extrem enttäuscht von Jennifer, gab der 57-Jährige zu. Denn, die hat halt wirklich gar kein gutes Haar an uns gelassen, und ich meine, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Sie müsste sich eigentlich an die eigene Nase fassen, um sich selbst zu reflektieren. Aber das macht sie nicht, meint Peter. Was genau er mit dieser Andeutung meint, ließ er allerdings offen. Fakt ist, dass Peter Klein damals nicht nur seine Ehefrau Iris, sondern eben auch einen Großteil seiner Familie verlor. Neben Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser wandte sich am Ende nämlich auch Lukas Cordalis, 57, von ihm ab, mit dem Peter ein enges Verhältnis hatte. Mit ihm war er 2023 nämlich sogar als Begleitperson für das Dschungelcamp nach Australien geflogen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020